Hallo und herzlich willkommen zu vermutlich letzten Overwatch-Rune meines Lebens Ja Mal gucken Also Liveweaver Das ist so Hollywood Also entweder dürfte er mich jetzt komplett weg oder Ja Okay, erst ist in Ordnung Don't do it, don't do it, bitte nicht Ich brauch dich, ich brauch Ich brauch zu lange, ich brauch dich, dass er wechselt Nein Die ist noch Reinhard, ne? Also bleibt gleich drin Ja, ich... okay, ich komm da mal Komm mit mir Alter, 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 alter WTF Wir sind auch halbtot WTF? Ähm War nicht nötig Auch Abschuld, alle Iwern So hat Glück, muss nach landen, muss nach landen Ja, unsere Ash, hat mich jetzt, äh, May habe ich jetzt nur Schaden gemacht Nein, oder? Alter, was ist ein NPC? 59, meine ich. Fasten, Roll. Ganz voll perfekt. Oh, Mann. Sehr schön. Oh, unsere Melk. Rainer schläft. Du hast ein bisschen Zeit. Du hast ein bisschen Zeit. Die sind auch geändert, die sind auch geändert. Nice. Nein, ich bin nicht mit May. Nur, nur mit dem Aufkampf. Humboldt? Ey, Uso, alles klar, ich wechsel, ne? Nein. Ich geh jetzt hin ins Board und wechselst du. Ja. Okay. Ähm, nein. Ja, guck mal, ja, ich glaube, wir gewechselt. Komm, wechsel doch. Ich, ähm, Ozan, Alter. Jede, wir haben jetzt drei Runden hinter dann, oder fünf, fünf Runden hinter dann mal Junkwit. Hier, even. Ähm, nein. Even tot, wow. Ich weiß, wer es ist. Ich hasse dieses Spiel. Hab ihn. Ich hasse dieses Spiel. Hm. Ich glaube, es tut. Alter. Egal, wo ich bin, nur. Ich. Ist immer eine Bärefälle. War es nur old, sie hat niemanden getroffen. Weil unser Wifley war, hat die Jarbrick gewonnen. Und gewonnen? Leute, also. Keiner. Alter, okay. Okay. Ja, ich war doch schon. Ich war nur die Aufgabe. Aber dann muss Life Reaver mitgehen. Alter, er kann nicht mit mir hinten stehen. Was ist er da für ein Brain? Äh, Gantide. Zeige. Aber das ist ein Gantide. Ja. Muss nachher an. Geiler Baum von Life Reaver. Ähm. Der hat mich absolut geblockt. Ja, der hat mich fett geblockt. Geil. Aber das ist ein Gantide. Nice. Sag mir, ey, wirklich. Ich konnte nichts machen mit diesem Scheißbaum. Der hat mich geblockt zum rausgehen. Ey, hättest du keine Bumpe gehabt, ne? Du wärst ja auch easy geschlagen. Ey, ich war freundlich. Ich hab die Mercy liegen lassen. Lösch dich. Lösch diese Menschen. Ich bin nie wieder freundlich zu einer Mercy. Alter, oh Gott, warte. So, die können mal da bleiben. Wir capen schön. Nice. Geil, ich geh jetzt wechseln. Er, er, er hat angefangen. Geil. Geil. Halt, wäre entfernt. Das war das K, das habe ich gesehen. Das, glaube ich, ich habe es nicht gesehen. Was denn? Mit dem K, unter Beerenfalle. Nein. War deine Credits, keine Sorge. Muss mich heilen. Nee. Oh, äh, komm, andere, ja. Steff, komm, andere, ja. Keine Chance. Keine Chance. Ey, unsere DPS. Die Mae hat gesagt, was macht sie da? Was macht sie? Warum kämpfen die da oben? Kann man nicht mehr beantworten? Warum kämpfen die da oben? Hallo, Heilung? Gibt es? Okay, nö, nö. Ich geh gleich auf K, wieder. Nee, gibt es nicht. Alter, ich höre dich gar nicht. Alter, ich wurde schon wieder geschädert. Ich wurde, ey, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel absolut. Ey, kann. Leg mich hart am Arsch. Leg du mich hart am Arsch, ich werde dich jetzt gemacht. Ja, aber wir sind tot. Geht doch. Ich habe ein guter Pull. Das erste, der hat das erste Gute, was er gemacht hat, dieses Spiel. Ich kann nichts machen, ihr werdet einfach getötet. Der ist wirklich fit auf mich. Ohne, dass ich irgendwas dagegen tun kann. Können wir mal so Giga-Chat-Junkrate bekommen? Sag mal. Auf wen schießen die? Auf wen schießen denn alle? Weiß ich nicht. Ach, ein Baum. Oh, Airshot Highground. So, Bob genommen. Okay, na, das ist viel gut. Wo ist Aircraft Highground? Oh, die will ich weg. Die will ich nicht vorstellen. Die, 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 Alter. Ja, alles klar. Nummer One-Hit-Ability. Du bist auch tot. Ich muss... Ja, was war? Hahaha, das ist wie dumm ist. Was ist gut, aber danach in Renter zu gehen gefühlt? Oh, Renter. Alter, Junkrate blockiert mir schon wieder den Weg, ne? Er hat mich fast gekillt. Boah, ich wünsche denen alles schlechter. Boah, ich will eigentlich nicht diesen... So, wer hat Shed-Up? Ja, wir haben auch. Oh, das ist schlecht. Hier muss eigentlich immer das Kopf legen. Aber S1, S1. Darkwood, links. Okay, ein paar Blocken ein bisschen. ja das war's jetzt oder vielleicht nicht mehr wahrscheinlich der kennt sich ja ich bin ich also Prozent gar nicht schon gut ist ich würde die Bärsbung muss sie so können was machen wir haben ich will nicht mehr ja was hab ich gerade gesehen bleib bei mir bitte komm mit mir hab ich auf der Palot was, Moment bitte ne, Souljard nicht ich war über dir die ganze Zeit, aber nö was tue ich den Leuten hab ich auf Tree gehört ah, da kommt man ah, ist der Junker da das ist deine scheiße Voiceline aber wenn der Junker nicht da wär ne das ist so ne easy Runde mhm Alter, warum Reefer warum warum warte, hast du nicht gesehen wie er also er nochmal gestorben ist oh 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 Mann, das ist nicht das erste witzig verarschen oh Mann, ich verkackt hatte ich kann auch nicht mehr du kannst nicht mehr ich spiele jedes Mal die Seele aus dem Leib ich kann nichts dafür du auch nicht ey das einzige was ich die Runden die ganze Zeit mache ist zwei Tasten zwischen zwei Tasten hin und her wechseln Also willst du mir sagen, du tanzt da rum und denkst dir, ja, während ich, und sterbe, sieben Mal, ich werde, die ganze Zeit, im Fruchtwurst, halt du dein Maul, du hast keine Ahnung. Das stimmt sogar, ich kann nicht sagen, dass das stimmt, das stimmt, das stimmt, wenn der Tire geht, ne? Ich höre ihn nicht mehr, ne? Ja, er ist da ja gemacht. Was ein Sack, ist das ein Sack. Jetzt discht ich ihn, komm. Ey, das ist wirklich, jede, jede Spiel ist einfach fucking counterwatch. Ja. Kann man auf die Echo gehen, das ist nicht mein Job, das kann ich nicht. Ah, der Reaper, natürlich bist du tankt. Alter, ja, tot, ne, ey, schon wieder, das kann nicht sein. Du im Reaper alleine, ne? Nein, er macht Damage, er macht Damage, er macht Damage, das habe ich nicht gesehen, das habe ich gerade nicht gesehen. Ähm, ja, eins gegen, nein, eins gegen vier. Okay, rest. Schuppidu. Ja, Reaper, renn da rein, das will ich sehen, das will ich sehen, Reaper. Ähm, okay. Winston. 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 Digga. Alter, nein, sie hat den Eisblock verkackt auf den Punkt. Steven, das habe ich nicht gesehen. Steven, ich will nicht mehr, ich will mich ausloggen. Das war's. Alter, tut das weh. Bei mir? Äh, 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 guck gleich hoch. Warte, ich raise kurz gleich rüber. Ja. Der ist gewechselt, Orisa. Er ist bei Orisa gegangen. Alter, ist da, ey. Ist das ein Sack. Was? Mei, ich, ich, oh, ich komme nicht raus, was? Ich komme nicht raus. Alter. Ich hab nicht Zeit für mich. Ich kann nichts machen, ich hab Team 97 Ap. Ja. Ich bin auf dem Weg. Der Sliphy war nicht da? Nein. Willst du mir entgegenspringen? Ja, okay. Dein Leiche kam mir entgegen. Warte, 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 warte. Scheiße, Primal. Ah, okay, jetzt machst du es. Nee, nee, komm, Primal musst du auch benutzen. Komm, welches ist das? Aber ein bisschen Zeit. Taucheraufzug an. Warte, 3, 2, 1. Ja. Mach Primal. Ja, komm, Schatz, ob ich sterbe oder nicht, ich komm mit dir. Ja. Wurf it. Habt ihr am Leben gehalten, so viel es ging. Also wirklich, ne, also... Dein Rest war scheiße, bin ich ehrlich. Und der Leif rüber. Wife rüber, genau. Wife rüber, genau. Hab ihn getebackt. Ich muss jetzt einfach am Blitz stehen. Er ist gewechselt, warte, Ozan, ich muss zurück. Äh, Ozan. Er ist gewechselt. Ey. Der. Ist das dreckig. Ja. Ähm. Ähm. Was ist da passiert? Ähm. Nein. Was ist da passiert? Warum geht die Echo nach vorne? Alter, die haben die gerade wirklich... Keine Ahnung, wie... 2 gegen... Also 4 gegen 2 verkackt oder so. 3 gegen 2. 3 gegen 3 gegen 1 gegen Mercy. Die Appen sind nicht in der Zeit. Und Echo... Echo auch da. Ich zähl doch insuld. Ich zähl doch insuld. Ich beachte, ich glaube, er wird gleich schedern. Schau, was rüber. Und ich wurde glazert, nice. Na, und du bist tot? Ja. erst wird man tot, weil der Leif lieber mich nicht heilt. Na, gut. Nee, er macht immer... Er macht kurze Heilung. Immer 10-10, gefühlt. ich sehe es gegen den gegen kommt schon starker baum glaube ich hoffentlich mal gucken aber nicht auf uns das erste mal krass bin schockiert ich bin weiter fast fast nur die paul hast du gesehen ein getroffen wird wirklich reiner schild erholtet in den 300 schild weiter das war's das war's ja was das schick der mit menschen warum konnte ich nicht heilen wenn es strahl hat keine range ich halte ich die ganze zeit nicht so schlecht so der will mich so der will mich schon wieder haben also das ist von mir das ist von mir im arsch er ist das wird nur tot das wird nur tot schade ey guckt unser tps die haben über zehn keine schaden gemacht unser tps ja ich sehe es alter nein was sagt er was habe ich gerade gesehen was denn das ist so ein zero-skill-game dieses spiel benötigt keinen skill hilfe ich bin eingesperrt ich muss sich das reinrennen sorry das war richtig geil platz getauscht aber wir gewinnen das so nicht also das war's ja ja guck mal dethrone geführt auch ja riefer lockt auch allein rein stark von dir wir müssen jetzt rein ja ja wie kann ich dich mit konstanter heilung nicht voll heilen also wir wissen es nicht vielleicht habt ihr eine ahnung woran es liegt wir haben jetzt fünfmal oder sechsmal also glaube ich hinterher verloren ja also guck mal unsere 25,8 krone mitsch oder sie haben über also über sieben dreißig kauf über zwölf kann er schaden ich würde und er schreibt das die klinik der klinik ne unsere dpa schreien wir nicht ne dern Jura Trash du scheinbar wer schreibt das rara wer ist das ja gut während er das auswendet würde ich sagen danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal ja naja naja ich hab's ja rausgefunden